Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Eta to Geta und irgendwie hat sich mein Eta gerade geschlossen. Bin ich noch in dem Dungeon? Ne, ich bin nicht mehr drin. Dungeon Group. Achso, kacke. Wie komme ich denn hier raus? Warte mal, ich kann entern. Echt? Ne, warte mal, kann ich nicht. Ja, warte, dann komme ich hier raus. Wie komme ich denn überhaupt raus? So, jetzt bin ich in der Party schon mal drin. Jetzt könntest du eigentlich reinkommen, oder nicht? Äh, would you like to attempt this... Was? Achso, du musst, du musst neu, äh, du bist der Leader, du musst das neu starten. Oh, ich bin draußen. Ja, denn jetzt musst du neu starten. Äh, warte. So, jetzt sind wir drin. Ich bin der Leader. Aber mein Brighton ist jetzt wieder runtergestellt und ich glaube, der Eta stürzt gleich wieder ab. Und wie habe ich so das Gefühl? Keine Ahnung. Die kann man noch nicht zerstören, ne? Ne, hier kann man, oder? Selbst in Creative kann man hier, glaube ich, nicht zerstören. So, und jetzt, wenn ich hier über die Ecke gehe... Gut sein. Ne, jetzt funktioniert es, okay. So. Boah, dann kann man kaputt. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kill step. Ja, war easy. Oh, ein Ring. Gleich mal anlegen. Muss mich kommen, hier. Aua. Äh, was war das? Das war... Ach, das war dieser Slime hier? Spitzhacke. Mit der Spitzhacke töten am besten, weil dann kannst du auch direkt alles abbauen. Oh, okay. Alter. Gute Spaß. Erst mal einsammeln. Was war da drin? Golden, Gummi, Sweat, Skyroot, Pollen, Bucket. Die Gummi Sweats sind gut, die kannst du essen. Okay. Dann lege ich die mir mal da hin. Mal gucken, wir essen. Ich muss gerade mal mein Inventar noch ein bisschen sortieren. Oh, wo kommt der denn hier? Tuch. Willst du eine Kiste hinbauen, oder was? Nein. Ich habe das einfach nur so platziert. So war das jetzt alles hier? Ja. Ja. Dann gehen wir weiter. Gut. Gehen wir rechts, oder? Oh, links in die Kiste. Ich will auch mal gucken, was da drin ist. Meins, meins, meins. Keine Ahnung. Nö. Oh, mein Cape. Nein. Ich habe ein Cape. Weg gehen. Alter, das war nicht witzig. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ist das ein Boss? Der geht aber schnell down mit einem Diamantspiel. Nee, das andere ist ein Boss. Oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Falschaden. Das sind zwei. Falschaden. Falschaden. Minibus. Nein, 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 nein. Wieso lege ich denn mein Schwert aus der Hand? Wieso macht er das denn? Au, au, au. Nein, Alter. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah. Ich bin auch weg. Halbes Herz. Halbes Herz. Ich jetzt fliege mich tot. Ich jetzt fliege mich tot. Tod, tot, tot. Alter, geh hier doch in die Nebenkammer. Du bist so ein... Ja. Voll, Alter. Nebenkammer, ne? Ist klar. Ja, nebenkammer. Ist klar. Alter, jetzt verfolgt er mich auch noch. Aber ich kann nach Abstand halten. Ich habe ein Knockback-Schwert. Eigentlich nicht, aber... Ich füge dem übrigens Schaden zu. WTF? Ich glaube, ich habe einen geilen Bug. Nein, 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 nein. Oh, diese Fiecher, ne? Diese Fiecher! Ich bin fast tot. WTF? Alter. Wir pissten euch. Legt doch nicht dein Schwert aus der Hand. Oh, Mann. Oh, ich bin noch im Dungeon. Okay, ich bin noch im Dungeon. Wenn man stirbt, bleibt man im Dungeon? Ja. Nett. Ich mache nichts an dem kacken Mausrat und er legt einfach mal sein Schwert aus der Hand. Was ist das denn für dämlicher Charantär, Alter? Charantär, vor allen Dingen. Hallo, ich hätte gerne meine Sachen wieder. Danke. Sie wären Fallen und Puppen natürlich gewesen. Alter! Ah, wo sind meine Kackschuhe? Okay, ich habe eine volle Rüstung. Mal gucken, ob es irgendwas gibt. Kackschuhe abbauen. Nee, gar nichts abbauen. Alter, 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 was ist hier los? Bitte? Würdest du bitte, würdest du bitte, würdest du bitte? Ich habe keinen Miniboss. Scheiße, 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 Scheiße. Jetzt legt er sich schon wieder seine Spitzhacke aus der Hand. Warum denn? Weiß ich nicht. Ich habe einen Miniboss. Oh, Mann, verdammte Spitzhacke aus der Hand. Oh, Mann, verdammte Spitzhacke. Ganz ruhig. Alter, das Spiel macht mich voll aggressiv. Das ist ja noch nie vorgekommen. Scheiße. Der war doch fast down. Was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich bin gestorben. Bist du behind... Nein. Alter, ich trau meine Sachen wieder. WTF? Der rastet richtig aus. Ja. Ich raste auch richtig aus, Alter. Wie man einfach mal stirbt hier. Dummer Charakter ist dumm. So. Brote. Jetzt gehen wir nicht auf den Piss hier. So. Können wir weiter? Ich bin schon lange weiter. Ach, die werfen ja was hier. Ja. Ich muss hier mal was töten. Dummer Charakter ist dumm. Äh. Wenn du jetzt ein Face Game gehabt hättest, Alter. Du hättest zu geil gewesen. Siehste? Aber erstmal beschweren. Explodieren auch noch die Scheißlinge. Skyrule Poison Bucket. Siren Pendant. Was kann man damit machen? Kann man anlegen. Gut. Ich bin hier hinten. Ist das nur bei mir, oder? Nein, eigentlich nicht. Doch. Ich kann keine Kissen abbauen. Ich auch nicht. Einfach mal disconnecten. Server ist abgekackt. Eigentlich nicht. Oder doch? Äh. Ich nehme an, der Server ist abgekackt. Der Server ist down. Okay. Neustarten. Nett. Er hat gerade eine Crash-Meldung angezeigt. Hat mich auch. Schön. Du hast zu viel rumgeschrien. Ja, das wird sein. Das wird sein. Ich kann ihn jetzt noch neustarten. Warte mal. Was hat denn der für ein Exception? Ticking Entity. Äh. Äh. Okay. Dann. Er ist wieder an? Jetzt ist er wieder an. To my server ist dumm. Ja, wir sind außerhalb. Nö, ich bin drin. Ich bin außerhalb. Ich bin drin. Your attempt in this time agreement. Your own this dungeon. It's a very dangerous. Äh. Komm mal raus. Ich komm gleich raus. Warte. Ich nehme hier nur noch den Rest. Oder geht das? Nee, das geht nicht. Wegen. Was? Oh doch. Was? Warum fall ich? Warum? Fall ich? Warum? Fall ich? Ich hab deine Sachen. Ich hab deine Sachen. Wieso sind wir gefallen? Du Leute. Teleportier dich mal zu mir mit meinen Sachen. Nee, teleportier dich doch zu mir. Wenn du alles dabei hast. Ja, stimmt ja. Ja. Weil ich hab, ich hab hier. Warte. The logic. Äh. Du musst spierst. Ja, das war grad echt nicht so schön. Äh, warte mal. Null. So. Warte, ich geb dir noch ein bisschen was. Äh, das. Das gehört noch dir. Das gehört noch dir. Das gehört noch dir. Hier oben liegen gar noch was. Hier rutscht du? Den hab ich doch grad runtergeschmissen. Du hast mir meine, äh, äh, Schuhe noch nicht gegeben. Warte mal, hier ist ein Schwert noch. Ich hab nur noch ein Schwert jetzt. Ach, da oben liegen deine Schuhe. Okay. Warte. Oh. Jump and run. Hier oben. Äh. Jump and run. Ach so. Hier oben. Oh, unten liegt auch noch was übrigens. Was haben wir denn hier so? Ich hab hier einen Ring. Äh. Noch eine Hose. Noch ein Schwert. Noch ein ganzes Schwert. Ähm. Ja. Mein Hals tut weh. Ja. Das ist wohl nicht so geplant, wie wir gedacht haben. Oh. Wer hätte das gedacht? Der Dungeon ist schwer. Hm. Du hast gedacht, die sind eh so schwer. Hast du deine Sachen jetzt? Keine Ahnung. Eigentlich muss ich mal kurz was trinken. Ich habe, nein, kaum was. Aber wieso? Wieso? Hose fehlt. Warte mal, hier unten liegt doch Ahnung was. Berta fehlen. Ja. Du hast doch eine Hose. Ich habe ja noch eine Hose von dir. Ja. Dann brauche ich die einmal. Wo bist du? Oben auf dem Baum. Dann komm mal runter. Guck gerade auf hier unten noch. Dann sag mal, was hast du noch alles in der Hand? Na, dann komm mal her jetzt. Warte, hier unten. Äh, ich habe jetzt hier noch eine Hose für dich. Äh, ich würde gerne das Cape behalten. Was kann das? Was kann dir das? Gar nichts. Nein, das kann wirklich nichts. Hast du noch ein Schwert? Das da. Sanit-Schwerter. Ja. Das kann gar nichts, oder? Ein ganzes. Und ein halbes. Na, das kommt hin. Warte. Dann habe ich noch eine Sanit-Spitzacke. Ne, das kann gar nichts. Das ist so wie meins gewesen. Ganz ruhig haben. Okay. Hast du auch gefunden. Na ja. Die haben wir weg vor der Nase, vor der Nase weggestuhlen. Hast du Orangen, zufällig? Ne, eben nicht. Also leider nicht. Alter, das war 53. Ne, ne, die suche ich mir jetzt, mein Freund. Was? Die Orangen. Achso, ich habe Orangen, 49 Stück. Ja, dann sind das meins. Ja, da komm halt her. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ich glaube, die ganze Zeit von dir. Ja, komm halt her. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden. Ich würde sagen, Game Mode? Ah, warte. Da drüben ist ein Wüstentempel. Äh, Dschungelteppel. Da drüben liegt der Orangen. Gib mir erstmal bitte mein Essen. Da oben, hier unten. Ja, ja, ja. Ich möchte jetzt zu dem Dschungelteppel wieder. Keine Ahnung, warum. Hast du Spitzhacken, meine Spitzhacken, auf die Sammelt? Ich habe nur eine Spitzhacke. Warte mal, ich habe ja noch ein Spitzhacken. Wenn du die meinst. Ja, ich, ja. Ich habe halt keine Spitzhacke. Ja, wie viel hast du denn? Na, komm mal her. Komm mal ran hier. Ich bin immer bei dem Wüstentempel. Nicht Wüstentempel, Dschungelteppel. Machst du wunderschön. Warum gehst du nicht einfach außen umzu? Keine Ahnung. Hier waren wir aber schon. Waren wir? Das ist der, ja. Nein, niemals. Doch. Never. Never ever. 100%. Hm. Gut, dann war wir schon hin. Ja, jetzt kommentieren. Komm. Noch ein Brot. Ein Brötchen. So. Einmal das. Einmal das. Äh, die kannst du noch haben, wenn du willst. Das war eigentlich alles deins hier. Mehr habe ich nicht. Nein. So. 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 Ja, wie finden wir zurück? Hast du einen Plan? Warte. Das kenne ich hier in- und auswendig. Ist klar. Warte. Ich brauche nur mal in so einem Baum. Eigentlich kenne ich mich hier auch aus, aber irgendwie auch nicht. Ich, ich, also ich würde mal sagen, wir lösen das ganze Problem mit, ähm, mit einem ganz einfachen, äh, wie soll ich das erklären? Äh, hier hinten ist das Winterbiom. Ich bin gleich zu Hause. Ganz genau im Moment. Das ist das Winterbiom. Und hier dürfte gleich unsere Lava-Grube kommen. Ah ja, ich sehe unsere Lava-Grube. Okay. Hast du eine Minimap? Nein, nein. Ich fliege gerade über die Map. Hier ist ein Sumpf. Ist das unser Sumpf? Ja, das ist unser Sumpf. Ich bin gleich zu Hause. Da kommt unser Berg theoretisch, wenn er laden würde. Ja, dass es unser Sumpf ist. Oh, bei mir laden die Chunks nicht nach. Bei mir auch nicht. Ich muss mal Reloog. Wieder abgekackt? Nö, nö. Äh, so, jetzt müsste ich nicht gleich zu Hause ankommen. Hier ist die Wüste. Ähm, vielleicht bin ich doch nicht so sicher, wo... Doch, na klar, hier ist unser Haus. Ich habe unser Haus. Alles klar. Ich bin flying over it. Er hätte dann da eigentlich den Wollblock gesetzt. Ihr Dilltanten. Ich nicht. Ich nicht. Crash-Game-Mode 0. Ach ja, das sollte ich wieder auch noch machen. Gut, dann sind wir wieder zu Hause. Haben wir eigentlich ein bisschen abgekackt, aber die Folge werden es gut rumbekommen. Bullish Motherfucker. Ja, genau. Ähm, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie der... Das Hühnchen hockt hier immer noch seit 500.000 Folgen. Naja. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir nochmal in den Dungeon. Oder erst nächste Woche. In der Aufnahme. Wirst du dich bis dahin gedulden können. Wirst du es schaffen? Äh, ja, ja. Natürlich. Wirst du es schaffen. Ja? Wirst du... Ich doch immer. Gut. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.